Es ist Mittwoch, 18.25 Uhr. Schönen guten Abend und willkommen zur Ziehung der Lottozahlen, wie immer live hier aus Saarbrücken. Jetzt hätte ich es fast noch verpasst, weil ich zugucken musste, wie Präsident Barack Obama in Berlin landet und jetzt mittlerweile auch sicher angekommen ist. Wir kümmern uns aber um die Lottozahlen und der ein oder andere Lottospieler, der konnte schon ein bisschen Weihnachten feiern am vergangenen Samstag. Deswegen unser Jackpot heute nur einstellig, aber das lohnt sich natürlich auch. Kugeln und Ziehungsgeräte sind natürlich wie immer im Vorfeld schon ordnungsgemäß überprüft. Wir können also sofort loslegen. Ich drücke ganz fest die Daumen. Ihnen allen jetzt viel Glück. Tja, in Bayern und Nordrhein-Westfalen, da haben Fortuna und der Weihnachtsmann offensichtlich gemeinsame Sache gemacht. Denn zwei Spieler hatten auf ihrem Schein die sechs richtigen inklusive passender Superzahl. Da gab es also schon die erste Bescherung in diesem Jahr. Und wenn sie ebenfalls feiern wollen, dann sollten sie diese erste Lottozahl haben, die 38. Ich verrate Ihnen auch, was die beiden Glückspilze gewonnen haben. Für den Supersechser gab es jeweils rund 4,4 Millionen Euro. Also Glückwunsch. Und bei uns geht es weiter. Wir hängen noch die 39 hinten dran. Damit ist der Jackpot also geknackt. Heute geht es in der obersten Gewinnklasse von 6 aus 49. Ich habe es eben gesagt, wieder einstellig. Also rund eine Million Euro wartet da heute. Die nächste Lottozahl für heute die 19. Gleich elf Tipper. Also eine ganze Menge. Die hatten am Samstag übrigens alle einen Sechser. Aber alle eben leider ohne passende Superzahl. Dennoch kann sich da jetzt jeder über rund 160.000 Euro Weihnachtsgeld freuen. Glückwunsch dazu. Weiter geht es mit der 20. Und der Jackpot im Spiel 77. Der konnte mal wieder nicht bezwungen werden. Da geht es heute mit den sieben Ziffern rum. Etwas mehr als eine Million Euro. Glücks- oder Pechzahl für heute die 13, die vorletzte Zahl. Und Weihnachtsgeld gab es auch für insgesamt neun Spieler, die bei der Zusatzlotterie Super 6 abgeräumt haben. Da gab es für jeden natürlich in der obersten Gewinnklasse wie immer 100.000 Euro. Und zum Abschluss gibt es noch eine Schnapszahl, die 44. Das sind sie also, die sechs Lotto-Glückskugeln des heutigen Mittwochs. Und eine fehlt natürlich noch, die wichtigste eigentlich, die Superzahl. Ich drücke noch mal ganz fest die Daumen in einen Ficklick. Insgesamt sind es heute bei uns 10,1 Millionen Euro in der gesamten Ausspielung. Und es wartet ein stolzes Millionchen in der obersten Gewinnklasse. Und dazu brauchen sie folgende Superzahl. Die Superzahl, die 8. Dann schauen wir uns dann nochmals alle Lotto-Zahlen von heute in richtiger Reihenfolge an. 13, 19, 20, 38, 39, 44 und die Superzahl 8. Fehlen noch die Gewinnzahlen der Zusatzlotterien. Die werden ja bereits immer im Vorfeld zur Live-Zügen ermittelt. Und wir beginnen mit der Gewinnzahl im Spiel 77. Da gewinnt 9, 2, 7, 0, 5, 6, 6. Und noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 6, 6, 2, 6, 1, 1. Ja, das war es schon wieder. Das war Lotto am Mittwoch. Alle Gewinnzahlen und Quoten finden Sie wie immer auf lotto.de. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie mögen, am kommenden Samstag, dann um 19.25 Uhr. Bis dahin Ihnen allen noch einen schönen Mittwochabend. Tschüss, machen Sie es gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017